Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute starten wir wieder mal mit der Reihe Kotlin für nicht alle, sondern für die Neueinsteiger in Programmieren. Und zwar wollen wir uns ab heute mit Klassen beschäftigen. Klassen sind etwas unfassbar faszinierendes und die objektorientierte Programmierung, die Klassen verwendet, also Klassen sind quasi das Grundgerüst der objektorientierten Programmierung, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Klassen sind hierbei sozusagen das A und O hinter der ganzen Programmierung. Und ja, mit Klassen kann ich mir Sachen besser darstellen. Es ist eigentlich nicht wirklich, es macht eine Sprache nicht mächtiger, wenn sie Klassen hat in dem Sinne. Aber es macht Code sehr viel übersichtlicher. Denn mit Klassen kann ich meinen Code so strukturieren, wie man das in großen Firmen macht, wie man das eigentlich überall macht, wenn man eine Anwendung hat, die ein bisschen länger als nur ein Skript groß ist. Und ja, deswegen sind Klassen halt extrem wertvoll auch für die Struktur. Denn ansonsten ist die Wartbarkeit von Code nur mit Funktionen oder gar ohne Funktionen einfach komplett nicht gegeben. Klassen machen das halt nochmal 10.000 Mal einfacher. Und ich möchte mit euch ein kleines Experiment machen. Ich möchte mit euch ein kleines Projekt auch machen später, wo wir Klassen verwenden werden. Allerdings werden wir davor noch einige andere Sachen machen zu Klassen. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal klein an und mit einem, naja, mit einem einfachen Beispiel, sodass man sich das vorstellen kann. Klassen könnt ihr euch so vorstellen, wie den Bauplan eines gewissen, einer gewissen Sache in der echten Welt sozusagen. Und ja, ich kann eigentlich alles als Klasse modellieren. Ich kann zum Beispiel hier, ich sehe jetzt vor mir zum Beispiel meine Klamotten, ja, also ein bisschen weiter hinten, nicht direkt vor mir. Ich sehe einen Bildschirm vor mir, ich sehe eine Maus vor mir. Eine Maus wäre, also Klasse Maus wäre eine wunderbare Klasse. Klasse Bildschirm wäre auch eine wunderbare Klasse. Klasse Lautsprecher wäre eine wunderbare Klasse, Klasse Mikrofon und so weiter und so fort. All diese Dinge kann ich als Klassen modellieren. Wir machen das jetzt tatsächlich mal mit der Klasse Maus. Allerdings beziehe ich mich jetzt hier nicht auf die Computermaus, sondern auf die lebende Maus, weil das einfach ein schöneres Beispiel auch ist und weil ich damit später noch besser arbeiten kann. So, wir schreiben einfach Klaas Maus und damit haben wir schon eine Klasse erstellt quasi. Nur, dass diese Klasse jetzt ein kleines bisschen unnötig ist, weil sie einfach nichts kann, ja. Aber sie ist schon eine vollwertige Klasse theoretisch in Kotlin. So, das ist jetzt eine Klasse, mit der kann man auch was anfangen. Und hier können wir jetzt Sachen reinpacken. Das heißt, wir können hier Attribute reinpacken, also Werte. Zum Beispiel können wir Integer-Werte oder generell Zahlen oder Buchstaben oder wie auch immer. Solche Sachen können wir dieser Klasse zuweisen. Und die beziehen sich dann auf dieses Objekt, also diese Maus. Wir sagen hier jetzt einfach mal, das bekommt ein, äh, die Maus bekommt oder jede Maus bekommt. Also wie gesagt, das ist ein Bauplan von etwas. Und wir schreiben uns jetzt quasi gerade auf, wie wir eine Maus bauen, was für Eigenschaften hat die alle. Und jede Maus hat in diesem Fall einen Namen vom Typ String, okay. Okay, das ist alles, was wir hier haben. Jetzt habe ich hier natürlich das Problem, ähm, ich bekomme hier einen Fehler. Weil, naja, sie muss entweder initialisiert werden oder sie ist abstrakt. Das heißt, ich kann hier nur sagen, aktuell gerade machen, den richtigen Teil machen wir noch, keine Sorge. Ich nenne jede Maus meine Maus. Okay. So, ähm, wir nehmen jetzt hier auch mal eine Variable dafür. Also, theoretisch ist das ein Value, den wir nicht ändern können. Aber wir müssen jetzt hier gerade eine Variable nehmen, weil wir Konstruktoren noch nicht hatten. Also, ähm, stay tuned sozusagen. Das kommt dann alles. So, und was wir jetzt machen, das ist quasi die Bauvorschrift, okay. So sieht eine Maus aus. Das, das ist das, was eine Maus ausmacht. Und jetzt, das ist keine konkrete Maus, okay. Das ist nur die Bauvorschrift. Wenn wir uns jetzt Mäuse bauen wollen, dann können wir das machen. Und zwar kann ich jetzt hier sagen, ich habe eine Variable, ähm, wir nennen sie einfach Mäuse. Mal Fridolin, fri, hey, was war das denn jetzt? Fridolin, so. Beziehungsweise, ich glaube, meistens schreibt man die ohne IE, ne? Also, einfach nur Fridolin. Ähm, das ist jetzt eine Maus. Und, äh, der hat auch den Typ Maus jetzt, ja. Das ist ja keine ganze Zahl mehr, sondern das ist jetzt eine Maus. Das ist einfach so. Und ihr seht, offensichtlich auch sind Integer und Strings und Booleans und all dieses ganze Zeug sind auch Klassen, ja. Nur, dass ihr die Bauvorschrift quasi nicht kennt, weil die in Kotlin ganz tief drin steckt. So. Wir bauen uns also jetzt eine Maus. Und zwar machen wir das mit Maus, Klammer, Klammer, fertig. So, und jetzt haben wir hier Fridolin. Und Fridolin ist eine Maus, ähm, die allerdings noch meine Maus heißt. Das heißt, wir müssen jetzt noch die, den Namen von Fridolin auf Fridolin setzen, logischerweise. Und deswegen sagen wir jetzt hier Fridolin, Punkt. Und das ist jetzt dieser Zugriffsoperator, den ihr von Strings kennt. Wir wollen hier was ändern. Und zwar wollen wir den Namen ändern. Den setzen wir jetzt nämlich auf Fridolin. Fridolin, äh, Fridolin, so rum. So. Und jetzt heißt unsere Maus Fridolin. Jetzt können wir hier unten sagen, okay, wir haben eine Maus namens Fridolin. Geben wir doch einfach mal den Namen, äh, Quatsch, geben wir doch mal den Namen von Fridolin aus. Also Fridolin, Punktname. So. Und das ist jetzt relativ angenehm, weil so kann ich einfach sagen, okay, das ist eine Maus. Und ich habe hier einfach meine Eigenschaften gebündelt. Ich kann hier so viele Eigenschaften reinhauen, wie ich möchte. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch noch so eine Variable reinpacken, wie Renngeschwindigkeit. Falls es eine Rennmaus ist. Was ist denn los? Renngeschwind... Ich bin heute echt an Alphabet. Ich weiß auch nicht, was los ist. Renngeschwindigkeit, wobei man Geschwindigkeit in der Physik immer mit V abkürzt, deswegen V. Ähm, vom Typ, das ist ein Double, das ist ein Meter pro Sekunde angegeben. Das wissen wir ja. Und, ähm, das ist natürlich Quatsch. Ähm, unser Fridolin, beziehungsweise generell kann eine Maus 1,0 Meter in der Sekunde rennen. Das sind schnelle Mäuse, ja. Das sind, das sind richtige Renn-Rennmäuse, ja. Aber Fridolin ist noch ein bisschen krasser. Fridolin schafft nämlich, ähm, definitiv mindestens 2,0 Meter pro Sekunde. Meistens ist er sogar schneller, okay? So, jetzt eine wichtige Sache. Wir können auch noch ein Mini bauen, ja. Wir bauen noch ein Mini. Die ist auch eine Maus, wie wir wissen. Und ja, ich weiß, heute wird's kindisch. Tut mir leid. Aber das ist das einzige Beispiel, was mir gerade so eingefallen ist. Und das ist jetzt auch eine Maus. So, Mini hat trotzdem ein, ich gebe hier mal ganz kurz alle Variablen aus, die wir haben, okay? Also, das heißt, wir haben hier einmal Fridolins Name ausgegeben. Wir haben Printline Fridolin.v. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch für Mini ausgeben. So, das heißt, wir sagen hier, wir wollen Minis Namen ausgeben. Und wir wollen Minis Geschwindigkeit ausgeben. Und jetzt eine wichtige Sache, die ihr über Klassen lernt. Diese Sachen sind völlig unabhängig voneinander. Fridolins Name ist nur auf Fridolin bezogen. Wenn Mini meine Maus heißt, dann hat das überhaupt keinen Einfluss auf Fridolins Name. Und wenn Fridolin Fridolin heißt, dann hat das auch überhaupt keine Auswirkung auf den Namen von allen anderen Mäusen, ja. Das sind Variablen, die für jede einzelne Maus verändert werden können. Also, das heißt, ich kann meinen Fridolin Fridolin nennen und meine Mini kann ich Mini nennen. Oder ich kann sie einfach meine Maus heißen lassen. Genauso ist es mit der Geschwindigkeit. Bei Fridolin steht hier eine 2,0, weil ich es hier geändert habe. Aber meine Mini, ja, also besser gesagt meine Maus, ja, die hat immer noch nur eine Geschwindigkeit von 1,0. Weil sie langsamer ist als Fridolin ist trotzdem deren Maus. Aber trotzdem, ähm, genau. Also, diese Variablen sind nur für die jeweiligen Instanzen, sagt man da, gültig. Das heißt, Fridolin ist eine Instanz von Maus und Mini ist eine Instanz von Maus. Und jede Instanz von Maus hat seine eigenen Variablen hier. Das heißt, die gelten nicht für alle Mäuse, sondern die gelten für jede Maus individuell. Das ist das Allerwichtigste, was ihr erstmal mitnehmen müsst. Und so ist es natürlich dann auch sehr praktisch, hier zum Beispiel, ähm, mir mehrere Mäuse zu erstellen. Und diese Mäuse auch verschiedenen, äh, denen auch verschiedene Attribute zu geben. Okay? Gut. Das ist schon mal das Wichtigste zu Klassen. Nächstes Mal geht es natürlich weiter. Wir sind hier noch lange nicht durch. Und, ähm, mit Klassen kann man unfassbar viel machen. Das werden wir auch noch sehen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.